Wie sind alle identisch aussehen? Okay, jetzt aber, da oben steht sie schon. Eine Woche ist es gerade mal her. Da hat sie gejubelt. Sie ist die jüngste und vor allem die aktuelle Siegerin von DSDS und damit Deutschlands Superstar. Mehr als 64 Prozent der Zuschauer stimmen für sie. Also ein Ergebnis wie auf dem SPD-Parteitag. Gewonnen hat sie mit Königlich aus der Feder von Matze. Ich glaube, es war von Dieter Bohlen. Natürlich. Und ich habe das natürlich wieder mega geil hinbekommen. Und sie hat das mega umgesetzt. Dankeschön. Toller Job. Hier ist Marie Wegener. Wenn der Himmel gerade Trauer trägt und ich spür, dass irgendwie nichts geht. Bist du da und fängst mich auf. Du bist da, trägst mich rauf. Wenn das Leben gerade so anschweigt und mir alles nimmt und nichts mehr bleibt. Bist du da und stehst mir bei. Du bist da, stark für zwei. Du bist da, mir so nah. Du bist einfach königlich. Heller als das Sonnenlicht. Spür, wie mir das Herz zerbricht. Ohne dich. Du bist einfach königlich. Mehr als nur ein Held für mich. Ich verliere das Gleichgewicht ohne dich. Wenn der Weg mich in die Enge treibt und die Kraft langsam von mir weicht, redest du mir gut zu. Du bist da, so bist du. Wenn der Mut zu kämpfen nicht mehr reicht und der Sinn des Lebens ich nicht zeigt. Bist du da, hältst du mir. Du bist da, für immer wir. Du bist da, mir so nah. Du bist einfach königlich. Heller als das Sonnenlicht. Spür, wie mir das Herz zerbricht. Ohne dich. Du bist einfach königlich. Mehr als nur ein Held für mich. Ich verliere das Gleichgewicht ohne dich. Du bist einfach königlich. Heller als das Sonnenlicht. Spür, wie mir das Herz zerbricht. Ohne dich. Du bist einfach königlich. Heller als das Sonnenlicht. Spür, wie mir das Herz zerbricht. Ohne dich. Du bist einfach königlich. Du bist einfach königlich. Heller als das Sonnenlicht. Ich spür, wie mir das Herz zerbricht. Ohne dich. Heller als das Sonnenlicht. Du bist einfach königlich. Mehr als nur ein Held für mich. Weil mir das Gleichgewicht ohne dich. Du bist einfach königlich. Königlich vom amtierenden Superstar von Marie. Danke. Dem süßesten Superstar ever. Du hast schon eine Mainzel geschenkt bekommen. Ich habe noch Mainzel-Männchen-Gummibärchen. Super. Findest du gut? Ja, mega. So, jetzt erzähl mal. Also eine Woche lang jetzt schon. Ja. Schon gecheckt, dass du es bist. Wie hat sich dein Leben verändert? Wohin fährt der Zug? Also ich bin immer noch dieselbe wie vorher. Ganz klar. Aber es hat sich schon viel verändert. Ich meine, einen Song von Dieter zu bekommen, jetzt eine Album-Produktion mit ihm am Start, das ist unglaublich geil. Ich habe so viele Auftritte jetzt hier im ZDF-Fernsehgarten stehen zu dürfen vor so vielen tollen Menschen. Ist ein Traum. 16 bist du, gell? Ja, 16. Süß. Welche Klasse? Nee, Elfte schon. Elfte schon. Ja. Also sprich auf dem Weg zum Abitur. Absolut. Und machst du auch weiter, gell? Natürlich. Du singst ganz, ganz schön. Ich habe gestern bei den Proben, warst du ja auch schon da, und ich habe gesagt, das ist die sehr junge Yvonne Katterfeld. Oh, danke schön. Eine tolle Künstlerin, eine tolle Stimme. Heute ist Muttertag. Genau. Wo ist die Mama? Meine Mama ist direkt da. Ach, die Mama! Sie ist da. Ja. Das wusste ich gar nicht. Dennoch. Genau. Ich wollte jetzt gerade, weil heute auf Muttertag ist, einfach mal Danke sagen. Sie ist die größte Unterstützung, die man haben kann. Ohne meine Mama würde ich jetzt hier nicht stehen. Und ich danke dir über alles. Und alles Gutes zum Muttertag. Ach, süß. Vielen Dank, Marie. Marie Wegener! Danke. Toller Titel, wirklich.